Jesus hat gesagt, dass wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, er ist da. Wir kommen hier mit einem erwartenden Herz, dass Gott etwas gut in unserem Leben machen wird. Und ich glaube und ich weiß, dass Gott dir geben wird, was du von Herzen erwartest. Was du erwartest dieses Nachmittag, es wird geschehen. Amen. Because we serve a living God. Weil wir an einem lebendigen Gott dienen. Amen. So once again, we warmly welcome you in Living Hope International Church. Ja, herzlich willkommen in Lebendigen Hoffnung Internationaler Küche. Ja, and we believe that we serve a living God. That's why the name of the church is Living Hope International Church. Wir glauben und wir wissen, dass wir an einem lebendigen Gott dienen. Und das ist der Grund, unser Name ist Lebendigen Hoffnung Internationaler Küche. Ja, dieses Name kommt von 1 Peter 1.3. Es sagt, we have a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Dieses Name kommt von 1 Petrus Kapitel 1, Vers 3. Und es steht im zweiten Teil, dass wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Und wirklich, indeed, we can testify that we serve a living God. God does so many great and mighty things in this ministry and even in our lives. Wir können einem Zeugnis sagen, dass wir dienen an einen lebendigen Gott, weil er tut ganz viele Dinge in unserem Leben. Und diese Nachmittag, für unsere Offering, der Titel meiner Botschaft ist, Give Out of Love. Mein Hauptthema heute ist, von Liebe geben. Amen. Amen. I do believe that everything that you do to the Lord is from our heart. Ich glaube, dass alles, was wir von unseren Herzen tust, kommt von, ja, was wir von Gott tust, kommt von unseren Herzen. Amen. Amen. So amazing how God loves us so much. Es ist sehr, sehr schön, dass Gott uns sehr liebt. Do you feel the love of God in your life? Fühlst du oder spielst du Gottes Liebe in deinem Leben? It's always so good and it's very important to think the love of God. Es ist immer gut und es ist immer ganz wichtig, an Gottes Leben zu denken. Amen. Because, really, the love of God is unconditional. Ah, Gottes Liebe ist bedingungslos. Haben wir das verstanden? Ja. It makes it easier to give, really, when we remember that Christ gave everything for us. Es mag es ganz einfach zu geben, wenn wir uns erinnern, dass Jesus hat bedingungslos und freiwillig zu uns gegeben. His motivation for giving was love. Jesus' Motivation zu geben war Liebe. And he gave his very best, Jesus Christ. Und Gott hat seine Bestes gegeben und das ist seinen Sohn, Jesus Christus. And I hope and I believe that this is also our motivation. Every time when we come in the house of God and we give what we can, this is our motivation that we have the love that comes from our heart. Und ich hoffe, dass das ist auch eure Motivation, wenn ihr kommen und zu Gott geben, dass es von Tiefen in eurer Herzen kommt. Yeah, this is the way that you can say that, Lord, I love you. Lord, I want to honor you. Lord, I want to obey your word. Es ist ein Weg, wie wir können Gott sagen, Gott, ich habe dich lieb, ich möchte dich gehorchen, ich möchte dir folgen. Amen. Amen. And there's another verse that it's really nice in Proverbs 11, 25. Es gibt einen anderen Bibelferst, der ganz, ganz schön, das ist in Sprüche, Kapitel 11, Vers 24. 25. 25, okay. From the Good News Translation, it says, be generous and you will be prosperous. Help others and you will be helped. In der deutschen Übersetzung steht, wer reichlich gibt, wird gelabt. Und wer reichlich trinkt, der wird auch getränkt. Wow. Amen. Hallelujah. Yeah, there's really a blessing when we give. Ja, es gibt eine Segen, wenn wir etwas geben. And God himself is our role model for giving and receiving. Wow. Gott ist unser Beispiel, er ist unser Vorbild, wenn es kommt um Geben und etwas bekommen. Ja, our life is all about investing in the house of God. Unser Leben ist es in Gottes Haus investieren. With a cheerful heart, we keep on giving and giving, whether it is time, our money or effort. Ja, in unserem Leben, wir sollen immer zu Gott geben, wenn es um unser Finanziellen kommt und auch unser Leben, unsere Zeit und alles. Amen. Amen. The good news is that God is watching us and so mindful of us. Wow. Es ist, die gute Botschaft ist, dass Gott guckt an uns und was schön ist, dass er denkt an uns. And in the time of need, we receive the help from God. Und jedes Mal, wenn wir etwas nötig haben, Gott wird uns helfen. Indeed, we reap what we sow and we multiply the sow which we give in this house. Ja, wenn wir Hilfe nötig brauchen, Gott wird uns helfen. Und auch, wenn wir etwas sehen, Gott wird uns ein Ende geben, von was wir gesät haben. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. You know, really, this is our experience and we can testify that there is really a blessing when we give. Ja, das ist unsere Erfahrung und wir können ein Zeugnis geben, dass wir werden gesegnet sein, wenn wir etwas zu Gott geben. Let's give back what God has given to us. Lasst uns zurück zu Gott geben, weil er ist derjenige, der uns alles gegeben hat. Every time we take out money from our wallet. Jedes Mal, wenn wir Geld von unserer pocket money rausnehmen. The more have space of blessing will come. The more we will in mehr Platz haben, um eine Segen zu empfangen. Amen. Amen. Hallelujah. So, let's give out of love this afternoon. Lasst uns von Leben heute Nachmittag geben. For such sacrifices are pleasing to God. Ja, so eine Offergabe, mag Gott, bring Gott Freude. Amen. Amen. Give what you can and the Lord will bless you more. Amen. Give Gott etwas, was du hast und Gott will dich mehr und mehr segnen. Amen. If you have an Offering this afternoon. Wenn du eine Offer heute Nachmittag hast. Let's offer it to the Lord. We believe that God is able to multiply what we are going to give. Lasst uns etwas zu Gott geben und wir glauben, dass er wird vermehren, was wir ihm geben. I want to ask you, just lift up your offering to the Lord. Let's believe that this offering is a sweet aroma in his throne. Lasst uns unsere Offergabe hochheben und lasst uns glauben, dass Gott bekommt Freude von unserer Offergabe. Ja, Lord Jesus Christ, thank you so much, oh God, for this blessed afternoon that we are here in your house. Lieber Vater, wir danken dir für diesen gesegneten Nachmittag, dass wir in deinem Haus sind. Lord, we are here because we love you. Wir sind hier, weil wir liebe dich, oh Herr. And we are here ready to give our offering because we honor you, Lord Jesus Christ. Wir sind bereit, unsere Offergabe zu geben, weil wir möchten dich ehren, oh Herr. You are our role model of giving and receiving. Du bist unser Vorbild, wenn es kommt um geben und etwas bekommen. And we believe, Father God, that there is multiplication of blessing as we give our tithes and offering this afternoon. Und wir glauben, Herr, dass es gibt eine Vermehrung von seinen Segen, wenn wir in deinem Haus heute geben, oh Herr. Because you are more able, God. Weil du bist mehr als fähig, oh Herr. You are our El Shaddai, our God. Du bist unser El Shaddai, unser Gott. Our God who provides. Unser Gott, der an uns kümmert. Vielen Dank, dass diese Offergabe kommt zu deinem Thron und es akzeptiert ist. Lord, you know us by name and you know our situation. Thank you for your blessing to each and every one of us. Herr, du kennst uns, du kennst unseren Namen und unsere Situationen. Und wir danke dir, oh Herr, dass du denkst an uns. With a cheerful heart, we give what we can this afternoon and thank you for your blessing in Jesus' name. Mit Freude geben wir heute und danke für deine Segen in Jesus' Namen. Amen. Praise the Lord. God bless you as you give. Amen. 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 Amen.